Nach zwei Jahren Haft wurde der sogenannte Internetmörder von Luckenwalde heute Morgen tot in seiner Zelle aufgefunden. Der Mann hatte 2011 ein junges Mädchen in einem Chatroom kennengelernt, sie in ein Waldstück gelockt und sie dort brutal ermordet. Einen geliebten Menschen loslassen zu müssen, hat mich an die Grenzen meines Verstandes gebracht. Laura, hilf mir! Musik Laura Lass los. Musik Untertitelung des ZDF, 2020